Was soll man machen, wenn Freunde unreligiös sind, aber deine Religion respektieren? Was soll man machen? Man sollte sich allgemein Freunde suchen, die religiös sind. Man sollte sich Freunde suchen, die religiös sind und die dich zum Guten verleiten. Und es kann ja sein, dass eine Person, die nicht religiös ist, dass sie deine Religion respektiert, aber sie hat ja nicht diese Religion und für sie sind verschiedene Sachen kein Problem. Zum Beispiel mal Alkohol trinken, mal eine Freundin haben, mal in die Disco und dann kann sie sagen, okay, guck mal, ich respektiere deine Religion, aber komm doch mal mit. Und sie verleitet dich zum Schlechten, während der gute Freund dich zum Guten verleitet.